Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf Banner zu den Skins mit 200 Euro in der Balance. Wir haben kein Premium mehr vom letzten Mal, deswegen gehen wir einmal rein in den Prämiumsbereich hier oben. Zack, holen das Premium, wer Prämiums kennt, 100 Äpfel täglich, Kissen ist 2,5% günstiger, 9% auf dem Double, ein paar andere Benefits und jeden Tag ein Promo-Code. Aber wie immer steht in dem Buchschrauben auch zwei Promo-Codes. Die könnt ihr einzeln rauskopieren, geht hier oben links auf Bonus, geht dann auf Promo-Skin und geht die beiden Codes hier nacheinander ein. Ich hoffe natürlich, ihr bekommt die Andy-Covered oder wenigstens Andy-Classified. Bitte? Ah, 10 XP, naja. Aber es gibt noch eine Daily Cut, könnt ihr auch einmal am Tag komplett for free aufmachen. Auch heute ist eine Stat-Track Bibi-Bison, das ist ein Scheiß-Skin, bitte gebt mir diesmal nicht unter der 5. den Top-Item, bitte. Nein! Das ist scheiße. Warum? Warum? Da sind so oft Knives, die irgendwie ein paar 100 Euro kosten und ich habe in jedem Video immer die 5 genommen. Nie das Top-Item bezogen. Jetzt kriege ich das Top-Item und das Top-Item ist so ein 17-Euro-Skin, Mann! Wie viel Pech kann man denn haben, ey? Ich hätte lieber hier für 5 Cent genommen am heutigen Tag und dann irgendwie im nächsten Video. Scheiße. Lack ist schon mal scheiße. Wir gehen rein in die Seaster-Case, immer noch das Event hier. Sprich, wenn ihr Geld aufladet oder diese Promokisten aufklickt, diese Sonde dazu und könnt dann in das Event reingehen. Aber ich habe hier so gut reingelackt gerade, was leider ein richtig scheiß Skin war, dass ich das Video, ich glaube, heute gehen wir all in und geben gar nichts nach Hause. Weil wir unter 140 landen am Ende des Videos, ich gehe all in, wir verlieren alles, so wird es laufen. Ich kann hell sehen. Ihr könnt mich jetzt buchen, ich habe auch eine Glaskugel und dann sage ich euch eure Zukunft voraus. Wir gehen rein in den Skin 77, wir können zweimal rollen, jetzt hat er ein paar Mal was zurück, aber das hat mich jetzt... Ey, da ziehe ich einmal das Top-Item bei Daily Card und dann ist es nur ein 17-Euro-Skin. Normalerweise sind da Skins drin, die bei 100-Euro-Wert sind. Im letzten Video, ich glaube, 180 oder so war, die war was, AK war im letzten Video, ich weiß nicht mehr genau. Aber meistens so 180, 250, so in dem Bereich. Weißt du, wenn ich jetzt reingehe, ist wahrscheinlich ein anderer Skin drin. Quatsch, stopp hier. Ja, die Waze und Rebel Setwork, das wären auf jeden Fall auch deutlich über 100 Euro gewesen. Ja, super, ey. Mann, hab ich hier ein Glück, das ist doch kacke. Wir gehen rein in, naja, meine Laune ist schon im Keller. Ich glaube, wir werden hier heute nichts mehr ziehen. Ah, fuck. In die Sharkcase gehen wir noch rein, natürlich. In die Sharkcase gehen wir noch rein. Der ist zu schnell. Der ist natürlich zu schnell. Der zieht rüber. Im letzten Moment zieht der so ganz leicht rüber. Da, seht ihr? Ja, war klar. War klar, das wäre auch zu schön gewesen. Direkt 0,88, da wären wir, glaube ich, bei plus minus 0, 17 Euro. Naja, wir gehen rein in die Sharkcase. 0,20% auf Dilo. Let's fucking go. Gib mir die Dilo jetzt. Bitte, bitte, bitte. Ja, ich habe ein neues Audio-Interface, deswegen muss das Mikrofon auch genau einstellen. Aber ich habe jetzt hier so verschiedene Sachen. Ist ganz nice von Rode, auch mit Kamera und so. Nein. Hallo. Ja, kann ich ein bisschen rumspielen. Habe ich aber auch nicht alles eingerichtet. Vorhin erst angekommen, per Post war mein altes kaputt gegangen. Ach, ein bisschen blöd. Ach, 81.000. Ja, muss ich die Tage nochmal komplett konfigurieren und so weiter. Dementsprechend tut vielleicht der Ton heute ein bisschen schlechter. Ich weiß auch nicht. Wir gehen rein, nochmal weißer Wahlkreis. Gib mir das Gutknife-Autotronic. Let's go. Komm, 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 komm. Okay, vielleicht nicht overusen. Da ist es. Es geht aber weiter. Nein. Aber die Prince-Stream. Komm, geh, 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 geh. Hier, mach dir die Bremse, Mann. Ach, das hat mir dabei gemacht. Da macht er die Bremse einfach. Leute, ich, ähm, wir gehen rein, Panda-Gaze. Also, an sich sollte man nicht freuen, wenn man in Daily Cut das beste Item zieht. Aber normalerweise sind da deutsch bessere Items drin. Deswegen bin ich ein bisschen abgefuckt. Hier, macht er die Bremse jetzt. Geht natürlich nicht weiter. Was auch sonst. Das sind, keine Ahnung, 30 Euro. 57. Ja, 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 klar. Ein Pixel daneben, klar. Why not? Why fucking not? Wir gehen hier rein. Wir gehen einmal auf. Sell all. Scheiß drauf. Ich bin dumm, Alter. Wir gehen nochmal rein, Panda-Gaze. Let's go. Das kann doch nicht sein. Warum hab ich denn heute? Erst so ein Megalack, Anfanglack und dann vorbei. Nein. Die Front-Set Misty-Words. Ja, hier zieht er natürlich rüber. Ach, du heilige Maria Gottes. Ey, das ist aber auch ein Highroll des Todes. Das kannst du ja keinem erzählen. Wir gehen rein. Also, das lief nicht gut. Das lief nicht gut. Irgendwann schlecht ist halt, das Top-Item zu ziehen, wenn so ein Scheiß-Item drin ist. Ist zu schnell. Ist zu langsam. Ist zu schnell. Ist zu langsam. Mann. Das wären auch 160 gewesen. Das wäre schön gewesen. Hier macht er natürlich die Bremse ein Pixel. Ja, vorher warum auch nicht? Mann. 16 Euro haben wir noch. Fehlen uns 11 Cent. Wir gehen hier rein. Bangal Tiger. Quick open jetzt das Gut Knife. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Oh Mann. Das ist doch... Also, wir gehen jetzt all in. Wir sind in den Skin Value. Ich will gar nicht nachgucken. Ich will... Ich will... 34 Euro, ey. 34. Das... Wir machen... 35 Prozent. Das ist selbst bei 35 Prozent ist das halt ein Witz. Wir gehen auf über 6.500. Dann gehen wir nochmal auf Oberfass. Ich glaube nicht. Das war die loweste Nummer ever. Warum? Warum? Ich hätte so low gehen können. Aber lower. So war kacke. Ja, wenn ihr selbst auszessen wollt. Und ihr dann bei Promo-Skin den besten Skin zieht. Quatsch, nicht bei Promo-Skin. Bei Daily-Skin. Den besten Skin zieht. Und das ist dann so ein 18 Euro-Skin. Ja, dann... Spielt nicht weiter. Macht's an einem anderen Tag weiter auf. Ich bedanke mich für's Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video da. Haut rein und ciao, ciao.